Warum sollten Bewerberinnen und Bewerber heute einen professionellen Online-Auftritt haben, sich medial präsentieren in den sozialen Medien? Und was bedeutet das für eher introvertierte Menschen? Über diese Frage habe ich mich mit dem Headhunter Lukas Zehnder aus Zürich unterhalten. Es ging auch um die Frage, was zeichnet eigentlich die Generation Z aus? Was sind ihre ganz speziellen Talente und Fähigkeiten gegenüber früheren Generationen? Und wir wollten auch wissen, wie kommen die Unternehmen an die Talente heran, die heute auf dem Markt sind? Und was ist ein agiles Recruiting, ein erfolgreiches Recruiting heute? Und nicht zuletzt ging es um die Frage, warum ist denn Lernen heute das neue Arbeiten?